Laufen wir mal wieder ein bisschen umher. Oh, ich wollte noch Pfeile mitnehmen. Preisse. Diese Vorbereitung immer. Siehst du, da kann ich aber gleich noch mal was ausprobieren. Wenn ich jetzt sagen will, ich will das Ding wieder abbauen. Aha, okay. Also mit C kann ich sowas wieder, okay. Okay, dann können wir nämlich auch eine mobile Werkbank theoretisch machen. Also, wenn ich unterwegs keine Poresphären mehr habe, dann kann ich mir einfach eine Werkbank hinstellen und die bauen. Ich muss halt bloß eine Werkbank genug Holz dabei haben. Das ist ja schnell gemacht. So, den Poresaft lassen wir auch hier. Und Eis drüben. Irgendwann muss ich das mal alles sortieren. Ja, ich glaube, ich lebe hier auch einfach nur noch von Eiern, ne? Na gut, dann wollen wir mal wieder ein bisschen umherdaddeln. Ich habe mir immer noch keine Pfeile wieder mitgenommen, ne? Weil es nicht ging. Ja, die machen wir jetzt erstmal platt. Aber ich brauche noch so ein bisschen das Fleisch. Ja. Wo kommt dieses Geräusch her? Was ist mit... Ist das ein Shiny? Junge, der ist Level 25. Der macht mich doch tot, oder? Alter, hat der mir einen Bitch-Lap gegeben. Okay, mit dem lege ich mich nicht an. Scheiße. Bleibt der da? Oder despawnt der? Alter, war das eine Schelle. Könnt ihr wahrscheinlich langsam auch mit Pfeil und Bogen klappmachen, ne? Holy shit. Da gibt der mir einfach so ein Bitch-Lap. Oh. Aber merke, lege dich nicht mit High-Level-Viechern an. Wobei es halt nur Level 25 war, ne? Oh fuck. Oh fuck, das war... Ah, das ist despawnt, ne? Oh. 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 Leuchtet das einfach bloß. Also das hatte neben seinen Namen so ein Glitzer-Ding. Wie bei Shiny-Pokémon. Boah, das ist ein bisschen ärgerlich, ne? Aber von der Färbung sah es jetzt nicht anders aus, oder? Wo ist denn das? Das ist so dieses Dinos-Dongen-Gemann. Doch, ich glaube, das hatte so Punkte, ne? Hm. Verdammte Scheiße. Aber... Die scheinen ja nicht so selten zu sein wie in Pokémon, ne? Weil... Das war ja jetzt relativ schnell, dass ich das Ding gefunden hab. Oder so ein Ding gefunden hab. Und vermehrt sieht man halt auch... Videos dazu. Also, ich glaube, ich hab heute alleine mindestens drei Videos mit dem Titel gesehen. Ähm, mein erstes Shiny oder so. Oder gestern. Ne, heute, glaub ich. Huh. Nein! Boah! Du dumme Kuh. Halt dich doch da oben fest. So, jetzt nochmal. Cool, jetzt komm ich hier nicht hoch, oder was? Leck mich doch. Uh, um. Aha. Okay, also ich brauche auch eventuell ein bisschen mehr Ausdauer. Die ist ja schon relativ fix schlapp. Dann kannst du halt nichts machen, bis die Ausdauer wieder ein bisschen aufgefüllt ist. Du musst immer ein kleines Stück behalten, sonst hast du ewig zu warten. Kämpfe! Da war ich zu langsam und es hat mich eine Sphäre gekostet. Einfach niedergemetzelt. Das wollte ich gar nicht. Megasphäre, Polsphäre und Goldmünzen. Wozu sind die Goldmünzen? Das sind die Toten. Wollt gerade auf die Toten schießen. Los, mach's kaputt! Den Rest macht das Füchshirn. Ich bin immer noch nicht Level 13, ne? Kann das sein? Ich bin immer noch Level 12. Fast 13. Das will ich das mal sehen. Fütte. Fütte. Wollen wir mal gucken, wie viel ich davon noch fangen kann. Oh, auch noch eine ganze Menge. Nein, das hat mir schon wieder die Paul-Sphäre gekostet. Da unten ist ein Fuchs. Den hole ich mir jetzt. Mehrere Füchse. Alter, hier ist Fuchs-Party gerade. Wäre eine wichtige Frage noch. Kann man die Tiere auch züchten? Hallo, das ist heiß. Nein! Jetzt hat mich die Megasphäre geworfen und das Ding ist gestorben. Böses Fuchs-Ding. Warte mal. Das kann ich doch mal hier meinen Plan in die Tat umsetzen. Gut, dann muss ich mich halt selber bloß da ransetzen und das bauen. Geht doch. Guck mal. Oh, eigentlich für die. Vergesst das immer wieder. Stein. Wenn ich noch ein paar Steine kriege, kann ich. Habe ich denn die Spitzacke rausgenommen? Legit auch mal Feuerpfeile und einen Feuerbogen machen, ne? Was krieg ich denn da hinten? Achso, das ist das Mammut. Okay. Habe ich jetzt das Holz dann wieder bekommen? Zwei Holz habe ich gekriegt dafür. Ja gut, aber scheiß drauf, ne? Das ist es halt. Holz hast du halt unendlich viel. Ne, mit dir lege ich mich nicht an. Du bist mir zu krass. Hier, mit sowas lege ich mich an. Ah, hungrig. Und, ähm. Und auf zu dir. Huhu. Hier wird alles gefangen, Junge. Ich brauch XP. Ohu. 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 So, jetzt habe ich aber keine Sphären mehr. Aber hier sind doch bestimmt die blauen Dinger, ne? Die Steine dafür. Da unten. Und da ist doch auch so ein... Das ist doch vom Level her ein bisschen. Da gibt es doch bestimmt ein paar EP mehr. Da gibt es doch bestimmt ein paar EP mehr. Ich guck jetzt schon fast Level 14. Junge, wo kommt denn das Level auf einmal her? So. Vielleicht noch ein paar Pauls Sphären machen. Und dann dringend eine bessere Spitzhacke, ne? Weil... Die gibt doch relativ wenig Ressourcen, wenn man so denkt. Oder wenn man so guckt. Nein, theoretisch, wenn ich hier eine Werkbank hinbaue, kann ich die auch stehen jetzt. Guckt ja keinen. Max 2. Scheiße. Das fehlt mir beim... Halt! Ich könnte noch 3 machen. Mit 5 kann man erstmal wieder ein bisschen was anfangen. Ich hätte auch gern mal irgendwie so ein Leben für so einen Stein oder Baum, ne? Dass ich sehe, wie lange ich noch drauf rumkloppen muss. Der weg ist. Der weg ist. Weiter geht die wilde XP Jagd. Los mach sie fertig. Ja, Level 14. Also nicht mehr lange, ne? Mit 15 will ich es nochmal versuchen. Da oben rein zu gehen. Aber dann brauche ich, glaube ich, noch ein paar Pfeile mehr, weil ich würde das Ding auf Fernkampf versuchen. Das ist, glaube ich, das Beste, was ich da aktuell machen kann. Boah, weg ist Snyder. Junge, der Fuchs, der schießt aber auch doppelt hin, ne? Okay. ... ... ... ... ... ... Ah, trefft doch. Komm her, du bist Level 10. Ja, komm, ein noch, ein noch und bam. So, hier sind noch ein paar Chicky-Pickys. Wo kommst du her? So. Wie, das ist ausgebrochen. Ja, dann bist du selber schuld. Ein Paul im Team ist hungrig. Ja, ich auch. Muss unbedingt Essen fertig machen. Ah, was haben wir da unten? Liffmunk. Das ist auch, das ist diese Affe, ne? Ne, diese Raskatze. Bam, Junge. Okay, der rennt weg. Ähm, ja. Wo kommen wir hier hin? Ich würde sonst nämlich gleich zum Schnellreisepunkt gehen. Oh, noch so ein paar schöne Sachen. Kann ich vielleicht noch ein paar Sphären machen? Und ein paar Balls fangen. Äh, was machst du nun Wasser? Das Zeug bräuchte man halt in der Base, ne? Damit es gefarmt wird. Nicht jetzt überhaupt. Von ist wieder Schnellreisepunkt. Das Ding da hätte ich auch gerne, ne? Das Ding da hätte ich auch gerne. Boah, ich war schneller. Okay, damit haben wir das zehnte Lammball, ne? Dann gibt es da jetzt keine Bonuspunkte mehr. Reise freigeschaltet. Ich hab echt keine Steine. So, dann fange ich da gleich noch so ein Wasserelefant. Dann gehen wir langsam mal zurück. Gucken mal, ob wir da noch ein bisschen was aufwerten können. Pfeile noch herstellen in der Basis. Und dann sollte es auch langsam reichen. Wir können es noch mal probieren, ne? Auf jeden Fall muss ich auch noch Erzfarmen. da gerade mal genug um die Werkbank zu bauen. Nein. Böser Fuchs. So. Böser Fuchs. Lässt du das sein? Okay, der speichert aber den Fortschritt von dem Ball davor. So. Ist natürlich super, ne? Guck mal, da liegt noch eine Sphäre. Die nehmen wir mit. Komm her. So. Jetzt könnte ich auch mal langsam die Nägel auf jeden Fall freischalten. Was können wir jetzt noch eine Kühlbox für den Inhalt länger frisch zu halten? Megasphäre. Da brauchen wir Metall. Ne Armbrust. Wow. Metallspeer. Pauls-Sphären-Bank. Eine Werkstatt, mit denen sich Pauls fangen. Für die Arbeit benötigt man Pauls, die Handwerk beherrschen. Achso, da können die das denn herstellen. Eine Wandfackel. Oh, ein paar Punkte habe ich, ne? Kopf-Pflanzen-Set. Okay, die brauchen mehr Punkte. Antikes Aufbewahrungs- und von Gegenständen. Okay. Also ich brauche eine Menge Eisen. Oh!